Moin, zuallererst fragt man sich so, was sind eigentlich FPGAs und warum sind die ganz cool? Ich weiß ja nicht, wie es euch so geht, aber boah, langsame Computer sind halt echt hart nervig. Und was macht man da so als Mensch, der halt damit sich beschäftigt, wie man Computer schneller macht? Naja, man baut sich Hardware dafür. Früher war das alles ganz einfach. Ja, man geht hin und sagt so, okay, ich verdopple meine Taktfrequenz und zack, fertig, habe ich doppelt so viel Performance. Das Ganze hat so bis 2010 funktioniert, seitdem halt eher nicht mehr so, weil man immer mehr, immer mehr, immer mehr an physikalische Grenzen stößt. Und ja, irgendwie ist das halt alles so ein bisschen Mac geworden. Deswegen hat man sich seitdem überlegt, boah, wäre doch eigentlich ganz geil, wenn unsere Hardware tatsächlich dafür angepasst wäre, was man an Problemen hat. Und halt nicht irgendwie so one size fits all Hardware baut. Und das Konzept nennt sich halt einfach Accelerator. Und mit einem FPGA hat man halt den Vorteil, dass dieser Accelerator erst dann, wenn ich ihn brauche, halt überhaupt in der Hardware definiert wird. Wie darf man sich das vorstellen? Nein, man packt eben einfach alles, was man an so Grundbausteinen an Hardware hat, zusammen. Und dann überlässt man den Benutzer halt, beziehungsweise der Software dann halt so das Verkabeln von dem Ganzen. Zack, fertig, so baue ich mir meine eigene Hardware. Ja, so und das Ganze ist halt so ein gutes Konzept, dass die Dinger sich halt richtig breit durchgesetzt haben. Und zwar, wenn man irgendwo in ein Rechenzentrum reingeht, sobald es irgendetwas anderes ist als ich nehme Daten und ich schiebe sie woanders hin, sondern irgendwas mit diesen Daten noch passieren muss, braucht man halt FPGAs und deswegen sind die D-Cache kaum im Augenblick im Datacenter-Bereich. Dann ist es halt so, nicht jeder hat jetzt so ein Rechenzentrum zu Hause. Also ich schon, aber ich habe mir sagen lassen, ich bin auch nicht normal. Und da ist halt auch der Punkt so, kein Mensch, der bei Verstand ist, würde seine privaten Daten halt auch irgendwie Amazon geben, wo sie dann halt unverschlüsselt verarbeitet werden, das ist ja auch irgendwie ein bisschen alles meh. Und irgendwie ist es auch gar nicht so doll, also ich brauche halt auch gar nicht so einen riesen Server-Farm dafür. Ich brauche ja eigentlich nur was Kleines, was halt irgendwie ganz geil wäre, aber ich will halt, dass das Ding, also in FPGA ist halt immer so Größe halt ganz schön, dass man da halt viel drauf unterbringen kann. Das heißt, das Ding sollte möglichst groß sein und da ich das ja für Datenverarbeitung haben möchte, soll es bitte auch eine schöne Datenanbindung haben, dass es halt schon noch schneller ist als meine CPU, damit ich überhaupt was gewinne. Bastler lieben auch FPGAs, weil man damit halt ja auch ganz toll basteln kann. Die brauchen viel I.O., das brauchen wir in unserem Fall nicht. Das heißt, was wir hier haben, so ein Ding, total geil für Bastler. Wollen wir nicht? Wir wollen so ein Ding haben. Steckst den PCIe-Slot rein und hat in dem Fall noch zweimal 100 Gigabit Netzwerkanbindung und dann machen Computer Brrrr. Das wollen wir eigentlich haben. Das Problem ist, die Karte, die wir da sehen, die kostet halt, also Intel verkauft die halt nur unter der Hand und dann so für mittlere, fünfstellige Beträge ist ein bisschen teuer und irgendwie, so die meisten Menschen haben halt so eine Maschine, sie wollen einen Laptop haben. Warum ist das eigentlich noch nicht wie eine Grafikkarte irgendwie in der CPU integriert? So, da gibt es dann natürlich ein paar Verschwörungstheorien, die man da so im Wesentlichen haben könnte. Das Erste, was ich mir halt gedacht habe, als ich dann halt mal so wirklich nachgeguckt habe, wäre halt, Hardwarefirmen würden pleite gehen. Weil, man muss jetzt bedenken, eine CPU wird ja nicht mehr wirklich schneller und auch wenn man mittlerweile so bei 5 Gigahertz mit Ach und Krach und 500 Watt Leistungsaufnahme gelandet ist, so richtig viel hat sich da jetzt eigentlich nicht bewegt und man kann halt auch nicht immer unendlich mehr Kerne reinhauen, weil die meisten Anwendungen, die nach wie vor halt sind, die profitieren halt so von so drei, vier Kernen. Danach ist dann halt auch Schluss, wie macht man es halt weiter? Verkauft man Accelerators? Wenn jetzt aber jeder, sage ich, seine eigenen Accelerators in seinen Rechner reinkonfigurieren kann, dann würden sie ja keine neuen CPUs mehr verkaufen. Diese Verschwörungstheorie ist tatsächlich plausibel, aber nicht der Grund, denn, naja, mittlerweile, ein Data Center-Bereich hat halt mittlerweile jeder ein FPGA und da ist einfach der Punkt, wir bezahlen halt jetzt schon Schutzgeld an Intel, um halt die Hardware, die wir haben, überhaupt nutzen zu können mit Hardware-Unlock-Lizenzen und daran gehen die nicht pleite. Der zweite Punkt ist, FPGAs sind so teuer. Also ich habe eben gesagt, so, ja, 20K für so ein Ding ist schon teuer. Muss man auch sagen, das Ding ist halt auch groß. So, wenn ich halt jetzt ein FPGA zum Basteln kaufen möchte, das Ding, was ihr da eben gesehen habt, das kostet 35 Euro, das kommt schon eher hin, ich habe letztens mal nachgeguckt, was ist eigentlich so das Billigste an FPGA, was halt irgendwie sinnvoll zum Basteln in Bremen kam, da sind die dann so bei 20 Cent, also US-Dollar-Cent. Das ist dann schon eher so das Budget, was ich habe. Daran kann es also auch nicht liegen. Tatsächlich habe ich dann einfach mal, weil mich das wirklich interessiert, so, Leute, was ist los bei euch? Aber ich habe mal jemanden nachgefragt und die so, ja, lol, nee, dürfen wir einfach nicht. Wir würden es ja machen, aber dürfen wir nicht, denn FPGAs unterliegen der US-amerikanischen Exportkontrolle. Warum zum Fick? Keine Ahnung. Habe ich mir auch gesagt und dann stellte sich heraus, naja, also früher haben halt, naja, Terroristen die Dinger genutzt, um halt so ein, sich Raketen und so ein Food zu bauen. Und da ist einfach so, ja, wollen sie nicht mehr, jetzt müssen sie sich halt Playstations kaufen. Ja, aber die Exportkontrolle ist nach wie vor da. Das ist der Grund. So, jetzt haben wir aber den Punkt, wir sind hier zum Glück in Deutschland und keiner von uns kommt gerade auf die Idee, sich seine eigene Atombombe zu bauen, also die wenigsten hoffentlich. Deswegen gibt es das halt auch in Open Source und in Klein. Man muss halt nach wie vor mit der US-amerikanischen Exportkontrolle so einen Wisch unterschreiben, dass man den scheißig kaufen darf oder dafür Software entwickeln darf. Aber man kann jetzt diese kleinen Teile sich halt auch so kaufen. Das, was man hier sieht, das passt sogar in den USB-Slot rein, hat in der Variante, das ist ein bisschen ein älteres Foto, eine USB 2.0-Geschwindigkeit. Die gibt es auch mittlerweile mit Thunderbolt-Anbindung. Und dann kann man sich halt, naja, halt einen FPGA an seinem Rechner haben. Also man blockiert halt einen USB-Slot, aber ja, davon gibt es eh genug am Laptop. Und dafür gibt es mittlerweile auch mit Joses komplett quelloffene Synthese-Werkzeuge. Das heißt, eigentlich ist es jetzt, also man kann es sich halt auch selber machen. Und ja, jetzt habe ich noch zwei Minuten für Q&A. Gibt es nicht. So, tschüss.